Konnichiwa, Bitches. Es ist immer noch hell. Hey. Und es ist immer noch The Walking Dead. Und wir reden mit dem Arschkrampenprinz. Von Kakao. Alvin! Nee. Ich bin so ... Mann, ich will den so boxen, den Kerl. Mann, das ist ... Ja, das war's, okay. Ja, das war's, okay. Aber ich weiß, was es ist. Was es wirklich ist. Hör, Clementine. Es ist kein Mörder. Du hast, Reggie hat uns zu riskieren, mit seiner Incompetenz. Er hat eine Strecke von Schrauben gemacht. Kötzten einen, um zu retten, zu retten, ist Teil der Erhöhung. Es ist eine der schweren Entscheidungen, die eine schwere Person nicht machen können. Es ist deshalb, dass es bei Menschen wie uns, um sie zu retten zu retten. Alter, beim Beeren flücken. Ich wünsche, dass es anders war. Aber sie sind schwach, und wir sind stark. Deshalb ist es unsere Verantwortung, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten. Es ist ihre Natur, um zu folgen, nicht zu führen. Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als Sie denken. In Wahrheit, ich glaube, Sie haben es zu verstehen, aber Sie sind noch nicht zufrieden. Ich bin nicht mehr als Sie, um sie zu retten, um sie zu retten. Ich habe es gesehen, dass Sie in der Kabin, Sie sind Angst, aber Sie haben mich direkt in den Augen. Sie haben Sie einen Nerv. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir das überhören, die nächste Generation haben, müssen Sie stärker, als die letzte, um uns zu retten. this kids like you raised the right way the way my child to be raised it ain't this herd that keeps me up at night we can handle that it's not knowing if I got anyone to hand all this off to but I ain't worried about that anymore what if it's not yours well even if that was true it's mine now all right now you there yeah I'm here the loading bay door is jacked try really not the shit out of it how bad is it rails are tweaked so it won't shut all the way I don't think it's an emergency or anything but it's something Stan should take a look at when he can I'll get him on it out that fucking idiot hurt on its way and he puts a goddamn ding in my door go on back out to the yard it's almost supper time that's is total geil wir sind wichtig für ihn ich glaube er wird uns zumindest nicht so schnell umbringen oder außer gefecht setz er hat ja gesagt wir haben den richtigen charakter weil also Clementine hat den richtigen charakter so we all know what happened this morning I don't know what that son of a bitch is gonna do next so you want to ring the dinner bell for a herd of walkers to show up how is that better cuz this place will be fucking chaos when that thing hits no one will be paying any attention to us and that's when we go it's our opening we just got to figure out a way to draw him to us your friend here wants to get us killed by lurkers before bill can do it what is it with you that's what it sounds like to me you know that's not what he's saying but it does sound dangerous this shit is all dangerous Kenny do not speak to me like that maybe Luke could help us he's outside he wants a radio to help keep an eye on the guards thank you that's the plan I vote for you know about Luke he flagged us down when Troy wasn't looking told us his plan mentioned he talked to you if Luke can tell us what's going on with the cards we can use that to pick a good time to escape that seems reasonable who knows when that'll be there was a girl back at Crawford that used church bells to send walkers all over the city we just need something really loud the PA system cover is always using is quite loud there's some speakers outside the building pointed toward the parking lot I saw him when we were walking out to the work Troy is always standing next to one of them there are fuel on the roof I saw the controls they're in Carver's office she's right it's all controlled in Bill's office there's a switch in there that'll turn them on how do you know that I used to make a lot of the announcements back in the day I had it flipped on once luckily there wasn't much around at the time to hear it it was plenty loud though that's perfect we just got to get into his office why didn't you say something sooner cuz it doesn't change anything this isn't a discussion about how to do it it's a discussion about whether it's stupid and it's still stupid the sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening you're real difficult to deal with sometimes no that's all right you ain't exactly a peach either Luke's in no shape to help us you want to put our fate in that guy's hands it's not happening he did look pretty rough why can't we do both even if we bring the herd to us it's probably good for Luke to be able to tell us where they're coming from you know what fine I can get behind that okay so we get that turd radio he keeps us posted on the herd's movement we fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place and then what get some guns and shoot our way out I don't know whatever we can we improvise and that's not a plan you don't plan to improvise I figured out what your problem is you don't think this stuff through if the end of the plan is just a stroll through a herd of walkers then you should know from the jump there's no way it's ever going to work actually I do it all the time first words I ever hear you say and it's just some crazy stupid shit what do you mean exactly when you cover yourself and their smell rub the walker guts all over you they can't tell you from one of them now I don't know who's crazier trust me I've walked through herds before it works you just have to keep calm and make sure you're good and covered you seem to know what you're talking about this is nuts no it's not it's perfect I've done it too what it's how we got out of the marsh house Lee covered me and we walked right through really holy shit good one Lee all right what are we waiting for let's get that stupid radio we still have to find a way to get in the stock room I got a plan for that too come on kid gonna need your help where the hell she come from we just need to use the winch she can just climb up from there then just drop into one of the skylights over the stock room there are shelves and stuff for you to land on so you probably won't fall to your death great that thing breaks all the time unless something's changed it won't support much weight come on up and at him don't push her Kenny she's our best bet I mean that Clem and how or never I guess that's my girl we got to get that rope down Mike you want to boost her up come on kid don't let go I got you no no wow this is so fast trying to hurry all right I don't think they're the sharpest guards in the world but then no it is either they see you not in your bunk we're called done shit he's coming back Das sag ich doch. Holy shit. Ja. Gut erkannt. Ja, ich weiß es was. Du wirst nicht glauben, was ich sehe. Was ist das? Es muss 2-3,000 Menschen sein. In der Parking-Lott? Nein, nicht in der Parking-Lott. Ich kann nicht alle sehen, aber... Ich sehe die Blöden, die sie entdecken. So, du bist nicht sicher? Was, über wie viele es gibt? Ja. Wie kann ich sein? Fuck. Ich hoffe, dass sie bei uns passen. Gott, ja. Du denkst, dass wir bereit sind? Ich weiß nicht. Bill denkt, dass wir sind. Natürlich macht er, aber er dachte das gleiche was letzte Mal. Wir haben viel gelernt seit dem letzten Mal. Ist das genug, aber? Wir werden wissen, ob sie diese Richtung gehen. Ja. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich kann hier nichts tun. Was ist das? Achso. Ah. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nur hier lang. Da ist noch ein Skylight. Äh. Guck da mal durch. Guck mal, da sind die. Das ist einfach. Shhh. Shhh. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Ich bin voll aufhör. Ich bin voll aufhör. Wenn du die Arbeit aus dem gleichen Ding nimmst. Fuck. Mädels. Pssst! Äh, weh, wenn ich, ich bock's nicht so um. Danke. Das war so cool. Danke, Clem. Ich habe gesagt, du wirst nicht sterben. Danke. 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 Part zu beenden. Ich glaube, dass nicht mehr viel kommt. Ich hoffe, ich will es hinter mir haben. Irgendwie. Ich freue mich auch gar nicht auf das, was jetzt kommt, weil es wird bestimmt voll schlimm und stressig und irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja, ich kann es ja zum Glück jetzt sofort sehen. Wenn ihr das jetzt am Release-Tag guckt, dann müsst ihr bis morgen warten. Das tut mir auch voll leid, aber hey. Ihr könnt es ja auch selber spielen, ne? Wenn es euch nur um die Story geht. Oder woanders gucken. Ne? So ist ja nicht. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten und wahrscheinlich letzten Part von Episode 3 von The Walking Dead. Darauf steht es. Ihr könnt auch da noch klicken und so. Ihr wisst das, ja. Bis dann. Wir sehen.